Einen wunderschönen guten Morgen. Den Titel dieses Videos, den habe ich mir geklaut und zwar von mir selbst, von vor 300 Episoden. Für mich ist es rückblickend arg amüsant, wie viel weiter man da noch ist, so sechs Jahre später. Aber es wäre natürlich auch schlimm, wenn das nicht so wäre. Zur Rundennummer nach insgesamt acht Jahren One, ein Behind the Scenes.